Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin-Update-Video. Ja, ihr hört richtig, wir fangen wieder an mit ein paar Altcoin-Update-Videos. Ihr habt es euch gewünscht, ich habe euch ja in der Telegram-Gruppe gefragt, auf welche Altcoins ihr im Endeffekt Bock habt, welche ich im Endeffekt jetzt wieder analysieren soll jetzt in den nächsten Wochen. Wir werden uns jede Woche mal zwei bis drei raussuchen, die sich möglicherweise kaufenswert lohnen, wo sich möglicherweise neue Einstiege anbahnen. Das war jetzt in den letzten Monaten einfach nicht der Fall. Wir hatten fast überall einen kompletten Downwärts- oder Abwärtstrend gebildet. Aber man muss auch dazu sagen, und darauf werde ich auch in den Altcoin-Videos nochmal drauf eingehen, mit sehr, sehr vielen Altcoins haben wir auch sehr, sehr viele Gewinnungen gemacht. Das werden wir uns die nächsten Wochen, wie gesagt, nach und nach etwas angucken. Alles natürlich noch vorm Halving, weil ich einfach denke, danach kommt erst so der richtige mögliche Aufwärtstrend. Müssen wir uns dann auf jeden Fall mal anschauen. Aber wie gesagt, ihr habt weiterhin die Möglichkeit, euch Altcoins zu wünschen. Ich werde die Umfrage öfters mal wieder machen, um dann einfach mal neue Ideen zu sammeln. Und heute habe ich mich einfach mal dazu entschieden. Wir fangen mit Quant an, weil es ein großes Thema ist, weil es ein großer Hype-Altcoin war, meiner Meinung nach, wo ein bisschen auch verstummt ist. Also es ist nicht mehr so jeden Tag, oh ja, Quant hier, Quant da, Quant da und sowas. Es ist ein bisschen ruhiger geworden auf jeden Fall. Und das sehen wir einerseits natürlich am Kurs. Wir sind momentan bei 85 US-Dollar. Wir haben eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde US-Dollar, wo ihr es handeln könnt im Endeffekt überall. Mittlerweile auch bei BingX. Hat ein bisschen gedauert, bis es bei BingX registriert wurde. Aber mittlerweile auch da zu handeln. Also wie gesagt, Link dazu unten in der Videobeschreibung wisst ihr Bescheid. Ansonsten traden wir, wie gesagt, momentan bei 85 US-Dollar. Auf dem Daily Chart ist es natürlich auch deutlich ersichtlich. Wir befinden uns in einem Abwärtstrend. Und wir fangen auch immer mit den größeren Timeframes an. Einfach mal um zu gucken. Und da sehen wir auch, okay, Abwärtstrend absolut in Gange. Wenn wir jetzt mal dieses Fake-Out da oben außer Acht lassen. Wir schaffen es momentan, keine richtigen Impulse nach oben hin zu setzen. Die 85 US-Dollar, beziehungsweise unsere große Box hier, ist jetzt auch erst einmal durchbrochen worden. Wir sind in der Spitze bis auf knapp sogar 83 US-Dollar runtergegangen. Und wir haben noch eine sehr, sehr große Ineffizienz. Und wer mich schon länger verfolgt, weiß, Quant-Ineffizienz, da war doch was. Ja, das ist immer noch unsere übergeordnete Kaufzone. Zwischen 75 und 64 oder 65 US-Dollar. Das ist die Ineffizienz, die würde ich weiterhin gerne gefüllt haben. Und das ist auch weiterhin meine Buyzone. Natürlich habe ich leichte oder so ein bisschen Quant in dieser Zone hier oben schon gekauft. Zwischen 93 und 87. Ihr wisst, das war auch immer die ganze Zeit so ein Hin und Her, weil ich gehofft habe, wir gehen hier endlich rein. Ja, jetzt ist es passiert. Ich habe erste Anteile von Quant gekauft für einen möglichen Bullrun. Die größere, und das schreibe ich jetzt eben auch mal in diese Box dazu, sage ich jetzt einfach mal die 75%-Nachkauf-Option, die befindet sich dann im Endeffekt dann hier unten in dieser grünen Box. Und das bleibt jetzt auch so stehen, damit wir das immer mal so ein bisschen drin haben. Hier unten die 75%. Warum? Wir werden uns jetzt gleich nochmal das FIP-Level dazu ziehen von unserem Tief. welches wir bei 40 US-Dollar-Cent hatten. Bis nach oben zu unserem Top bei 228 sehen wir, okay, das 0786er befindet sich kurz vor dieser Box. Und dazwischen ist erstmal nichts. Das heißt, das FIP-Level bringt uns hier erst einmal sehr, sehr wenig. Das heißt, wir können es wegmachen, weil wir hier keinerlei Support haben. Ich gehe hier rein nach der Ineffizienz, nach eben diesen voluminanten Pump, den wir hier in dieser Zone hatten und dem Volumina, was sich eben auch hier unten befindet. Das sieht man hier ganz gut. Wir haben hier eine große Volumenansammlung noch einmal vorzufinden. Die da unten können wir jetzt erstmal außer Acht lassen bei 40 US-Dollar. Das glaube ich nicht, dass wir die 40 US-Dollar nochmal sehen. Ich glaube eher diese grüne Box, weil hier einmal, wie gesagt, die Ineffizienz ist, weil wir hier sehr, sehr starkes Volumen noch in diesem Pump hier drin hatten. Und deswegen bleibt das auch weiterhin meine große Nachkaufzone. Diese, wie gesagt, zwischen 75,8 US-Dollar bis knapp 65 US-Dollar. Das sind die übergeordneten Kaufzonen, die ich für mich kaufe. Wie gesagt, ihr müsst das alles nicht so machen. Das sind alles nur Optionen meinerseits, wie ich jetzt im Endeffekt nochmal für einen potenziellen Bullrun gegebenenfalls einkaufen würde. Gehen wir mal in den kleineren Timeframes. Wie sieht es da aus? Wir sehen sehr, sehr wenig Veränderung. Also wir sehen tiefere Tiefs auf dem 4-Stunden-Timeframe. Alles schön und gut. Und dafür aber auch wiederum höhere Tiefs im Error-Side. Das heißt, wir haben hier grundsätzlich eine Bullish Divergence, die sich jetzt aber auch schon hier über, kann man jetzt wirklich schon sagen, Wochen zieht vom 25. September bis jetzt heute, 19. Oktober. Das sind fast 4 Wochen haben wir jetzt diese Bullish Divergence. Wir kriegen keine Impulse. Das Handelsvolumen ist deutlich zurückgehend. Also hier jetzt irgendwie schon darauf zu setzen, okay, wir kriegen jetzt einen exorbitanten Pump, der Bullrun startet, wage ich ehrlich gesagt ein bisschen zu bezweifeln. Die einzige Hürde, die wir nehmen könnten, und dafür zeichne ich mal ganz kurz die grüne Box ein, die würde hier oben liegen bei ungefähr 98 US-Dollar. Wir haben hier noch so eine kleine Ineffizienz. Wenn wir uns das FIP-Level dazuziehen, da dürfte aber auch im Endeffekt nicht wirklich viel dabei rumkommen, sehen wir, okay, es 0,786er bzw. das Golden Pocket würden hier in der Nähe sein. Das heißt, kurzfristig Erholung bis 98 wäre drin, aufgrund dieser Bullish Divergence würde aber nichts daran ändern, dass ich längerfristig, mittelfristig von eben 75 US-Dollar ausgehe. Ansonsten, wie gesagt, 4 Stunden tut sich sehr, sehr wenig, in 1-Stunden-Chart genauso wenig. Also gleiches Spiel. Wir haben auch hier natürlich eine Bullish Divergence, wie im 4-Stunden-Chart auch, aber das Volumen, absolut geisteskrank im Keller und keine Impulse nach oben. Jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz das Volumen-Beispiel an, wo ich hier genannt habe eben. Schauen wir uns mal den kleineren Timefilms an, auf dem 4-Stunden-Timefilm. Da seht ihr genau das, was ich gemeint habe. Hier haben wir im Endeffekt diesen sehr, sehr starken Impuls gesehen. Dieser liegt eben genau bei 74,7. Deswegen ist die Box ein bisschen höher, weil ihr kennt das Spiel, je nach Börse ist immer wieder so ein Volumen-Peak oder so eine Box ein bisschen anders. Deswegen gehen wir lieber ein bisschen früher rein. Eventuell verschiebe ich noch mal die Box auf ungefähr 76 US-Dollar, aber das ist die Box. Dort haben wir den meisten Volumen-Effekt gehabt. Ich werde auch hier noch mal eine ganz kurze blaue Linie einzeichnen, wo das Volumen reingekommen ist. Und da, warte, so, ja, das ist unsere blaue Volumen-Box. Und genau da, 1, 2 Dollar drüber, würde ich auf jeden Fall die Kauforder setzen. Sollten wir das abgeholt haben, dann sieht es gut aus im Endeffekt, dass wir wirklich einen nachhaltigen Bullrun starten könnten. Wie gesagt, 40 US-Dollar glaube ich nicht, dass wir sehen. Aber eben diese 75 US-Dollar kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und diesen Weg eben auch kurzfristig. Gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben, was ihr davon haltet. Denkt ihr, Quandt wird absolut noch mal outperformen, kurz oder vor einem Bullrun? Oder sagt ihr, okay, die 75 US-Dollar, die ich jetzt auch schon seit Monaten sage, ist ja nicht so, dass ich das seit Tagen sage, sondern seit Monaten. Und teilweise auch wieder dafür negative Kommentare. Ich weiß nicht, was mit manchen Communities los ist, aber manche, wir werden es nie wieder sehen. Und im Endeffekt, Quandt ist trotz eines starken Jahres. Man muss so fair sein. Wir hatten ja unsere Peaks. Wir sind auf 165 US-Dollar hochgegangen, aber seitdem ging es nur nach unten. Und das werden wir von Woche zu Woche, jetzt immer mehr Altcoins, die wir analysieren, werden wir sehen. Die Strategie, die wir Anfang des Jahres gefahren sind oder letztes Jahr schon umgesagt haben, sobald ein Altcoin 100% macht, gehen wir raus und gehen nur noch mit uns, oder sind nur noch mit Gewinnen drin. Das war die richtige Strategie im Nachhinein. Werden wir uns auf jeden Fall die nächsten Wochen anstellen. Merkt euch diese Worte. Und damit würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Und wir hören uns dann, ja, vielleicht heute Abend nochmal zu einem kleinen News-Video wieder, wenn ich geeignete News finde. Bis dahin. Ciao, ciao. Und ja, einen erfolgreichen Tag. Und wie immer, stay quick.